Also ich bin Christoph Hadebusch und das ist mein neues Buch, Die Wehrwölfe. Wie der Titel es schon dezent verrät, könnte es in diesem fantastischen Roman um Wehrwölfe gehen. In der Geschichte spielt der junge italienische Adlige Niccolo eine große Rolle, der nach Genf reist auf seiner Kavaliers-Tour und dort eine Reihe von britischen Literaten trifft, darunter Byron und Shelley. Diese Literaten leben nicht nur extrem unkonventioniert gegen alle Regeln, sondern sie haben auch ein weiteres, weitaus dunkleres Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2020